Wir träumen davon, andere Welten zu entdecken, aber wir kennen nur 20% des Planeten Erde. Wusstest du, dass wir auf einem Planeten leben, auf dem es von Leben wimmelt? Die Menschen machen nur 0,01% des Lebens auf der Erde aus. Viel Unbekanntes liegt ganz nah. Wir haben erst 15% der lebenden Arten entdeckt. Und ein Meer voller Geheimnisse. 81% des Meeresbodens kennen wir noch nicht. Und wenn wir nach Landschaften von anderen Planeten suchen, sind sie gar nicht so schwer zu finden. Das überrascht dich? Die Erde ist außergewöhnlich. Frohen Tag der Erde!